ARD Text im Auftrag von Funk 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 Du hast doch Hattu an. Ja, echt mal, ne? Die sind jetzt ruiniert. Wollen wir oben weiter lang laufen? Ja, ne? Wenn der mal schief läuft, ja. Ne, was ich vorhin meinte mit der Tankstelle, das ist heute mal gelesen, das ist unnützes Wissen. Wenn du mit so ner Feuerwerk 30 mal auf so ner Tank-Säule drauf haust, dann explodiert die. Du wirst es aber nicht überleben. Aha. Keine, ne? Wer wird das denn ausprobieren? Ich hab keine Ahnung, ich hab's gelesen. Moment, 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 unten, unten ist ein Start, ne, das ist eine Start-Landebahn? Ne, wir sind ziemlich weit oben, äh, im Norden, das ist, äh, weiter geht's gar nicht mehr fast. Weiß ich nicht, unten ist auf jeden Fall eine große Landebahn, oder? Ne. Wir sind ziemlich weit Norden gelaufen. Na, guck mal da drunter, dass ich guck mich aus, ne? Ja, ich weiß nicht, ich fahr doch schon mal. Ach, keine Landebahn. Ich hab mich mal verlaufen, ich wollte eigentlich zum... ...mehr viel zum Kleinen und dann war ich da oben auch schon. Und irgendwo sind hier auch... Ja? Roten Kobold ist weg. Ja, Kobold ist weg. Tschö, Kobold. Ähm, wo wolltest du hin, was? Ja, ist du links rum, oder was? Wollen wir links rum laufen? Ja, genau. Ne, und... ...da waren irgendwo auch Garagen. Da hab ich auch... Die Garagen waren ein bisschen gefühlt, aber war nichts auch nicht jetzt drin. Ich hab mir schon mal in der Garage geblundert. Nee, ne? Garage? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht, ne? Bin ich heute extrem schneller als du, oder wie sieht die Sache aus? Oh, die wurden sogar gekickt, ja. Kick, 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 kick. Ohhhh. Die haben einen Kick, 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 Kick. Die haben einen Kick, 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 Kick. Ähm, ähm. Hast du ein Kind? Ähm, ähm. Ja. Oh mein Gott, die ganze schlechst mit mir rum. Hab angst! Dum 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 dum. Da Timi? Cat Attack. Jetzt drüber zum Warn drin, hä? Was ist denn, wenn ich jetzt V-druck beim Laufen? Uhhh, hoppale! Das ist ne Brücke. Das ist ne Brücke. Ja, ich würde gar nicht über die Brücke. Über diese Brücke musst du gehen. Du, du. Dann wo die Caty äh, gleich runterfahren. Ja, und da gehen, ja. Du bist schon so komisch mit deiner Stolzern hier, wie nennt man das, Platusschuhe. High Heels, jetzt habe ich es. Was? Spannend. Ich? Ja, du. High Heels! Was ist das? Wer zieht dein High Heels an? Den check ich jetzt nicht. Nüffel, was für Nüffel? Was sind da drüben? Seht ihr was? Also außer ich wie Busch. Die Straße so ein bisschen, ne? I need a drink. Wirklich? Ja. Du fängst jetzt aber auch nicht bei Heben an. Dann können wir doch, wie du rennst. Wo ist denn? Ach so, da hinten. Dann kann ich's mal trinken, wenn du ihn wieder suchst, ne? Ja, klar. Oh, ein Bier! Ah, nicht, dass du wie Sachi machst im Kampf oder so. Ey, voll da krasse Kamera. Nein, nein, wenn ich die Sache machen würde, würde ich sagen, oh, ich bin lustig, ich ess mal was. Nein, ich trinke jetzt ein Bier. Bin immer noch lustig. Ich hab auch mal was getrunken. Ihr habt's gehört. Ich hab ein gelbes Surfer-Symbol. Ich auch. Ich hab keine Surfer-Verbindung. Ich auch. Jawoll. Okay, dann mach mal kurz Pause und dann... Okay, kurz Cut. Genau und dann... Äh, ich bin irgendwo, aber nicht da, wo ihr seid, oder? Ja, du bist genau unter uns! Nicht mal um! Ah! Hey, komm nicht näher! Komm nicht näher! Ich höre Atompfütze, wenn du näher kommst. Okay, wir sind hinter der Brücke. Also da, ich siehste mal, wie lang, wie lang da so war das eigentlich schon... Halt es, ich weiß es, 38 Sekunden. Ja. Na komm hoch! Jump! Come on! Okay, dann musst du auch noch stillhalten, warte. Warte, ich komm... Und hüpp, ich komm hoch! Nein! Die Katze, die Katze! Ja, ich hab' aufgeregt Atompfütze abzugeben! Das ging ja furchtbar! Ja. Die nachladen bei ihr ging... Pfff! Echt? Ja! Ja, das ist echt schlimm! Das ist so laut! Du wirst auf von dem Zeug! Das ist auch immer, wenn ich mich eindock! Am Anfang hab' ich das nachladen gehört und mittlerweile ist das wirklich nur Pfff! Pfff! Das war geschnüffeln! Ah, das ist ja das was! Jetzt tausend Nasen haben, ne? Was? Nasen? Tausend Nasen haben. So, ja, 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 ja! Bin, 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 bin! Jack Man! Den Berg nicht runter! In Lichtgeschwindigkeit! Da hinten ist er! In dieser Zeit hätten wir auch ne Folge Sailrovider angucken! I need a drink! Ich mein, ich mein, äh... Ich hab' ja das Bier nie getrunken, ne? Ich will das Bier noch mal trinken! Ticci wirst du bestimmt noch kennen, ne? Sailrovider von früher? Ich mach' mal ein Bier! Äh... Ich glaub ich auch! Ich glaub's ja auch. Oder Galaxy Ranger. Was, 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 was ist das denn? Ich bin ja schon alt, ne? Toll-Porno! Silver Hawk auch nicht? Doch, doch, doch. Ja, das ist alles das Ähnliche, wie ihr das habt. Habe ich den Kochchen? Hallo! Meine Dicke! Meine Planschkuh! Was sei denn, ihr sagt Vorholz? Job! Ich hab da einfach was getrunken! Ja, halt hier oben! Stopp! Das ist Aber kann manchmal ganz nützlich sein, ne? Oh ja. Top 3. DH Crash. Route 2. Rote Nummer 1, ne? Achso. Rote 1, hast du gerade Rote 1 gesagt? Nicht Rote 1. Die Caddy versteht wieder alles total falsch. Ja, natürlich. Jetzt liegt dran, weil mir meine Katze gerade eine Rückenmassage verpasst. Hm. Du hast gerade mich reingelarnt? Nein. Du bist stehen geblieben, ART. Nein, preparem nicht. Nadadadadada. Na, nein, nein, nur unbekanntem la. Deine unbekannten Lape Heidi? Wie passt das nicht zusammen? Ja, und das sieht doch nicht aus wie Heidi, oder so. Gebirge und Wald und wo wir das schiffen Beter. Da zieht die Beter. Wer, was, 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 was. Was? nicht sie sind sieben Peter der Erzbieter wir haben das sind los oder die Ruine das stimmt er wollte auch mal hätte eigentlich weil ich weiß nicht ist das Juden ist es nicht mit dem hochgehen auf den Bergen seit ihr könnt ja so wie sie nichts mehr nämlich gut nach oben ich habe doch gegründet Prozent wenn ihr die Hälfte schweigen Möpse das beste Code was jemals erfunden wurde und du kannst es dir nicht merken hihihi da haben wir uns schlechtere Männer freundlich gemacht man kann auch Titten machen sag dir immer Muschi Muschi was bringt denn alles so wenn du Titten sagst so und seine Prozent lebensgeklatet wird sagen gut Gott was spielt er denn ich muss ihm schiebt er warst du bist was er fand ich es sei in der Welt der Fall die Strasse gleich in der Tier wenn du ich glaube ich schleich der Meinung wissen es ist ganz beliebt er die ganzen Prozent Munitionen ja genau und die ganzen es ist Dosen So, also ich bin hier schon auf der Strasse hier oben. Auf der Strasse? Auf der Strasse? Ey Junge, bist du auf der Strasse, ja? Oh, jetzt kommt die Ghetto-Brau durch. Nimm dich in Acht, ne? Äh, die Strasse hier weiter? Die Strasse? Ja. Da. Bei ihm sieht die so locker aus und wird ja so angestrengt. Ganz halt. Bin ich schneller, ja? Die Strasse hier wieder runter? Ne, ja. Die geht nach oben. Ne. Doch, vielleicht. Mach ne Kurve. Wollen wir hier gleich hoch? Ja, abkotzen, oder? Abkotzen. Abkotzen, ja. Ja, kotzen ab? Achso. An den Surfer nicht abkotzen, ne? Ja, und sonst, ähm, vielleicht für deine Zuschauer, was hast du zur Zukunft geplant? Äh, äh, weiter, äh, dann noch ein anderes Spiel? Oder willst du erstmal die zwei und... Ähm. Ja. Ja, hast du jetzt ein Krieg 1 irgendwann mal vorbei, äh, fertig machen? Da ist bestimmt von der Story her ganz nice, ne? Und... Batman. Hab ich mir jetzt, äh, vor kurzem geholt. Batman Arkham City, oder was? Nee, den ersten Teil. Achso. Äh... Was war der erste Teil? War der erste Teil? Äh, bei Batman erster Teil, das ist so wie Batman 50 Spiele. Ja, genau. Ja, also... Ja, ich weiß, ähm... Arkham... Machst schon Arkham City, ne? Nee, Arkham City ist das zweite. Das hab ich mir auch geholt. Echt mal. Das ist Arkham Dorf. Ja, Arkham Dorf. Oh, Mann. Oder gleich, ich kotze mal die, ich kotze mal die Kurve ab, ne? Ja, mach das. Oh, jetzt... Ja, gute Frage. Hab ich das hier irgendwo in der Nähe? Warte mal, ich muss mich hier mal... Aber ich kere mich noch nicht so... bin doch nicht so, äh, betagt. Das erste halt, ne? Das erste halt. Ja, genau, das erste halt. Wollen wir jetzt hier lang wir auf, nIX? Okay, oder auf jeden Fall. Un momento, per favor. Ja, ja, oh, oh. Si, senor, si, senor. Ja, si, ja. Wole car, finne, brusse. Alisium. Ich kann Alisium. Ah, ah, ja, 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 ja. Dann habt's doch was. Unzufrieden? Ja. 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 Haben sie mir so ein paar, sie sind grad zum Paar entgegengelaufen. Wart ihr das? Ja, ja. Volllufte. Muschi, tete, tete, muschi. Möpse. Möpse. Ja, bei uns, ähm, ich denke, das können wir eigentlich schon mal so ein bisschen verraten, oder? Soll ich es mal schon mal? Ja, ja. Ja, ja, das wollen wir es haben. Ähm, dass bei uns auf den Sendeplatz, wo jetzt hier Daisy dann quasi nicht mehr zu sehen ist, ähm, gibt es dann, ähm, Skuvenaut Unmask. Ach, echt? Das ist ja schon fest? Ja, das ist schon fest jetzt. Jetzt ist es fest. Okay. Auf welchen, auf welchen Sender kommt denn, also auf deinen, ne? Ja, auf meinen, genau. Das wird auch wieder ein LB. So, wer sagt, dass ich das nicht mache? Ha, ha? Warum was hochladen? Weil das ein LBT von uns zwei wird, deshalb. Das ist dadurch, ich weiß nicht, ob du das kennst, Skuvenauts? Ne, äh, aber das will ich ja kennenlernen dann. Äh, ja, das ist so ein kleines Spiel, da musst du quasi, gibst, äh, was ein und das passiert dann quasi. Ja, also du gibst halt Adjektive ein, wie zum Beispiel große, du wirst große, du gibst halt Sachen ein, wie Säge und dann hast du eine Säge in der Hand, also so lustige Sachen halt. Ja, es ist, es ist, es macht schon sehr viel Spaß und es wird dann diesen anderen Sendeplatz füllen. Oh, die Caddy läuft in gebückte Reiterhaltung. Mhh, diese Schenkel, ne? Mhh. Mhh. Na komm doch her. Außer dem lauflichen gebückte Reiterhaltung, ich hab meinen Magnum in der Hand. Ist doch, was du sagst. Ich, ich hoffe, wir laufen jetzt so ein bisschen Richtung Zivilisation, weil, äh. Glaube ich auch. Ich hab Duras, also meine Art Durscht. Hast du nichts mehr? Wer haben wir noch? Ja, 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 ich hab drei Opfer, äh, Flaschen aufgefüllt. Auf, Opfer. Drei Opfer? Flaschen aufgefüllt. Ne, wir können erstmal was essen. Ne, wir können erstmal was essen. Geht's eigentlich um den Zuschauer, weil ganz einfach, achso, du willst was essen. Weil, ne, ne, ganze Zeit Baum sehen ist ja für den Zuschauer jetzt auch nicht besonders interessant. Kann ich mir zumindest vorstellen. Das macht ihr alle an den Baum. Ich will Räume. Weißt du, dass du ein Freund bist? Na dann, ich mein, es sieht ja auch toll aus, ne? Gibt's ja nichts, ne? So, ich hab eben gerade Thunfisch gegessen und mein Trinken, mein Durs ist weg. Ja, es, es kommt auch drauf an, dass Thunfisch dazu ist. Es ist Reis und du hast... Dann hast du extremen Durst, ja. Extremen Durst, ja. Außer du tust ihn abkochen, den kannst du auch kochen. Ja. Dann hast du keinen Durst mehr. Weil ich auch noch nicht, dass mit dem Kochen funktioniert, ne? Ich hab für die M4, hab ich übrigens noch zehn Schuss, äh, Munition. Also ich hab auch noch Schuss, falls ihr was wollt. Also ich weiß nicht, ob ich... Geh, mir fies, mir fies grad auf, falls du das brauchst. Oh, Entschuldigung. Ich hab noch ein Magazin, da passen noch 30 Schuss rein. Ja, du kannst doch hier das Zehner nehmen, da hast du da... Da ist das wenigstens auch bei mir raus. Warte mal, ich schmeiß's mal auf den Boden hier. Hab ich auf den Boden geschmissen? Muss ja irgendwo auftauchen. Hoffentlich. Was ist denn hier die... Ja. Ähm... Punkt 357 Millimeter, 20 Wahns. Was ist das? Für wen ist das? Warte mal, warte mal. Was? Was? 3... Punkt 357 Millimeter? Ja. Meine. Meine. Das ist die Magnum, ne? Ja. Ja. Das ist die Magnum. Also, die 357 ist Magnum, die 45... Ich hab auch so ne Liste irgendwo am PC, da steht drauf, welche Pistole oder welche Waffe was hat. Äh, ist das Magazin Jahrhausen angekommen? Augenblick. Ähm, hab ich hier weggeschmissen, ne? Ja, das dauert ein bisschen. Meine Munition wurde auch noch nicht, also die ich für euch getroppt hab. Ja. Ja, ist manchmal ein bisschen schlimm, ne? Manchmal geht's gleich, aber manchmal dauert so ein bisschen. Äh, meinst du noch das letzte Mal an der Muni, die durch den Boden getroppt ist? Oh ja. Wo man zu seinem Erdgeschoss war? Naja, ist mitten durch, mitten durch die Mauer, ja. Ach, äh, hier guck mal, was ich in meiner Hand hab. Das ist aber ein leeres Magazin, was du mir gegeben hast. Das ist das, was ich weggeworfen hab. Ach so. Ne, das ist... Ich hab ein volles. Das war 10er. Ja, das ist das, was ich weggeworfen hab. Hier liegt noch eins. Hier. Hier. Und was ich noch hab, das ist hier die Munitionsbox. Ich weiß nicht, ob du schon was gesehen hast. Augenblick. Hier ist Muni. Muni, 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 Muni. Ach so, diese drei Dings da, ne? Und? Ja, fertig. Ich seh auch wie ein Versicherungsvertreter, ne? Wollt den du kaufen? Sie sieht so geil aus. So, dann pack ich die weg und die weg. Jawoll. Bin ich wieder da. Was pharmaciert hat?